So hallihallo, da sind wir wieder zu DayZ. Wir haben den Server gewechselt und deswegen sind wir an einer völlig anderen Stelle wieder rausgekommen. Und zwar auch getrennt, das heißt, wir müssen uns erstmal finden. Und dabei sind natürlich wie immer der Flo und der Matze. Hallo. Hallo. Und ich glaube ich weiß wo ich bin und der Flo weiß es auch schon und der Matze auch. Von daher sollte das irgendwie machbar sein. Soll ich dir jetzt entgegenlaufen eigentlich, Flo? Mach mal ja und dann versuchen wir uns mal nicht zu verfehlen. Ja und wie man ganz gut sehen kann ist Nacht und ich habe jetzt die Helligkeit maximal hoch gedreht und ich hoffe man kann sowas erkennen. Wir haben halt jetzt eine schwarz-weiß Aufnahme. Aber er hat auch mal was und ich komme in der Nacht. Ja dann ist das Feeling ein bisschen hübscher. Ja die Sache ist die, der Quotenknom und ich, wir versuchen uns jetzt zu finden. Wir waren in der Nähe von Prio-Rodgi bzw. Elektro-Zawotz und laufen jetzt aufeinander zu. Problem ist nur, es ist arg dunkel. Und wenn wir nicht direkt an der Küste laufen, könnte es passieren, dass wir einfach knallhart miteinander vorbeilaufen. Siehst du den Leuchtturm? Ja in der Ferne ja. Ja ok da bin ich jetzt fast, dann warte ich da mal auf dem Hügel. Ok jetzt muss ich irgendwie hier versuchen vorbeizukommen ohne drauf zu gehen. Hast du Zombies? Ja hier ist eine Anliegestelle und so ein Umspannwerk. Ok. Ja und was ich auch noch sagen wollte, dass das Equipment aber immerhin das haben wir noch. Zumindest soweit ich das überblicken kann. Ja das ist schon mal ein Fortschritt. Ja genau. Das wäre nämlich hart gewesen, wenn das auch weg gewesen wäre. Der Quotennummer und ich hatten das doch schon mal. Wir waren schon ein bisschen ausgerüstet. Wir hatten auch schon mal ein Fahrrad. Genau als wir die erste Folge angefangen haben, da hatten wir ein Fahrrad und ich hatte eine MP. Beides war als wir neu angefangen haben weg. Und die Fahrräder werden eben auf dem Server gespeichert. Und deswegen ist natürlich wenn man den Server wechselt dann alles wieder weg. Richtig. Das komische ist nur wir waren glaube ich sogar auf dem selben Server. Ja das kann natürlich sein. Vielleicht hat es auch einfach einer weggesnackt. So. Ich habe es aber wunderbar im Busch geparkt eigentlich. Wenn ich jetzt ein Fernglas hätte, könnte ich dich vielleicht sogar schon sehen. Ja. Glaube ich nicht. Es ist auch dumm. Ja aber da scheint schön der Mond hin. Ist der Mond überhaupt zu sehen? Moment. Ja der Mond ist einer von die... Aber eigentlich ziemlich romantischer Sternenhimmel hier. Ja. Nur ohne Sterne schnuppen. Wenn jetzt Zombies nicht wehren. Ja ja. Könnte man sich grad hier ins Gras legen ne? Ja. Guck mal ich bin jetzt hier in der Kurve. Vielleicht siehst du mich vom Leuchtturm oben schon. Also ich stehe jetzt auf der Anhöhe so Richtung Leuchtturm. Also wenn du am Wasser entlangläufst dann sehe ich dich auf jeden Fall. Hoffe ich. Gut da unten ist ziemlich dunkel. Ja ich... Ich laufe genau am Strand entlang. Ja oder du siehst mich weil ich stehe möglichst so dass man... Ja ich seh gar nichts ne. Also ich seh den Leuchtturm aber ich glaub nicht dass ich auf die Entfernung ohne Nachtsicht gehe. Bin mal gespannt wie das bei der Aufnahme rauskommt naja. Okay ich bin jetzt kurz vor Elektro. Alles klar. Dann kommen wir dann gleich... Ah warte ich hatte dich gerade... Jetzt müssen wir meine Augen anstrengen. Ich hatte dich gerade im Zielfernrohr. Echt? Ja ja und da hat's mir kurz nen Namen angezeigt. Ich dachte schon wieder. Okay jetzt hab ich dich aber... Ja jetzt seh ich dich. Ja. Du siehst mich? Ja. Ich seh irgendwas... Du hast irgendwas helles. Irgendwelche hellen Klamotten die sehe ich auf jeden Fall. Du läufst da. Ich seh dich. Ziemlich sicher. Ich seh dich auch. Ah cool. Wir kommen Richtung Elektro oder wollen wir... Eigentlich wollten wir ja Richtung Tscherno zum Krankenhaus. Das wäre dann die ganze Zeit. In Elektro gibt's auch eins. In Elektro hat's auch eins. Ja und dann nehmen wir das in Elektro. Und in Elektro sind wir näher am Norden. Wo wir ja ursprünglich vielleicht mal hin wollten. Sozusagen wir treffen uns... Das ist der Hammer. Wenn ich nicht wüsste dass du das bist und keine Fernkampfwaffe hätte, dann könnte man dich wirklich für einen Busch halten. Das ist der Hammer. Echt? Es gibt nördlich von Elektro eine Scheune. Man sieht dich nur... Eine Scheune? Ja. Man sieht dich nur wenn du dich bewegst. Die ist südlich von der Hochspannungsleitung. Warte ich guck mal kurz. Und im Prinzip direkt... Also im Prinzip... Direkt westlich vom... vom Kraftwerk. Ja ich glaube ich... Ja genau. Ja seh ich. Gut dann geh ich mal ein Stück Richtung Kraftwerk. Ich glaub da gibt's auch gute Waffen. Was bei Elektro? Ja das Kraftwerk. Im Norden und dann westlich davon ist... Wo ist das Kraftwerk? Das ist praktisch schon außerhalb von der Stadt. Ah ja ok jetzt hab ich's. Ich seh's. Ah das sind grüner Punkte die... die Farben oder? Äh... Ja. Bei mir ist es irgendwie anders markiert. Ja ja. Ok. Es liegt genau an den Koordinatenfrenzen. Kannst du sagen. Ich überleg grad ob die Lichteffekte so... Ja doch eigentlich. Ja. Also die... Die Nachtgraf... Die Nachtgrafik bei Arma 2 ist eigentlich sehr gut. Finde ich. Also ich dachte auch grad das ist... Aber wir... Wir haben von links haben wir ziemlich helles Licht. Da müsste eigentlich irgendwo der Mond sein. Also der Schatten kommt von links. Da müsste da der Mond sein. Und vor allem ihr müsst auch aufpassen. Ähm... Die... 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 Als Blendung ist ja realistisch nachgemacht. Ok. Im Prinzip wenn ihr jetzt in helles Licht schaut... Kann sein dass ihr erstmal kurz so gut wie nichts seht. Ach da ist der Mond. Da ist der Mond ja. Alles klar. Dann ist die... Dann ist die echt richtig gut gemacht hier. Boah. Die Stimmung ist ja... Boah. Hey. Ich hab ja so ne Ohr. Sehr gut. Äh. Ja. Du siehst da diese Gebäude da vorne. Ja. An dem bin ich vorbeigelaufen. Gehen wir da durch oder gehen wir... Ja. Wir können mal vorbeischauen. Wir können mal vorbeischauen. Dunkel war's. Der Mondschienhelle. Mondschienhelle ja. Kommt bei euch auch immer diese komische Meldung da unten. Ja. BattleEye Client. Ja. Zeit wieder wenn jemand versucht hat. Also wenn man über freie Fläche trifft. Oben der Büsche. So zum Beispiel den Hang hoch der Mondlicht blickt. Da wird man ja wirklich auf Kilometer weit gesehen. Ja. Ich glaube auch. Aber du warst vor auf der Mond abgeweiten Seite. Ich hab dich ja schier nicht gesehen. Ja. Ja. Eigentlich ist das Spiel nachts tatsächlich witziger. Also ich glaube wenn wir uns gegeneinander spielen würde wäre es nachts deutlich amüsanter. Dafür ist halt Pate sehr groß ne. Ja. In dem halt schon. Also im normalen Abend hast du halt normales Fernachsichtgerät. Ja gut okay. Ja gut. Gibt's hier ja auch. Oder Wärme. Äh Wärmebild oder? Ja also es gibt auch Wärmebild oder? Ah da vorne ist ein Zombie. Der läuft da vor dem. Oh Gott jetzt muss ich dich. Ja sauber. Äh. Ich bin dafür dass wir doch außen rum gehen. Bist du doch nicht. Hast du nicht so Bock? Ja siehst du die Zombies. Ich seh sie nur wenn sie vor hellem Hintergrund sind. Weil die sind ja auch noch schwarz angezogen. Ja das könnte tatsächlich zum Problem werden ne. Da läuft ein Dings den seh ich. Ja und da hüpft einer rechts über die Wiese. Lol den seh ich nicht. Ja der liegt ich glaub von meinem Sichtfeld aus. Jetzt siehst du ihn? Jetzt musstest du ihn sehen. Ach da drüben. Der hat so ein helles T-Shirt, äh T-Shirt und Hemd an. Was? Nein das ist nochmal ein anderer. Ja. Der ist jetzt vielleicht noch 30 Meter von uns entfernt. Ach da drüben. Ja jetzt seh ich ihn. Deswegen würd ich sagen dann gehen wir mal hier nach. Ja ok. Gehen wir links lang oder? Links? Links? Ja ja. Die Scheune liegt auf dem Hügel da oben irgendwo. Jawoll ok. Also würd ich sagen versuchen wir hier bei diesem Berg irgendwie mal. der Straße zu folgen. Vielleicht treffen wir auf ne Tankstelle die sind einfacher auszurauben als diese Dörfer. In den Dörfern die hier außerhalb liegen sind sowieso meistens nicht so viele Häuser zugänglich. Ja. Was natürlich für uns beim Spielen ein ganz klarer Vorteil ist nachts wenn wir durchs Gebüsch laufen sind wir natürlich für die Zombies auch so gut wie unsichtbar. Ja sowieso wenn wir kriechen allgemein glaub ich. Das ist nachts eigentlich. Da kannst du fast an denen vorbei laufen und krieg ich nur die sehn dich nicht. Also ich war nachts schon auf nem Server wo es einem angezeigt hat wie weit man denn sichtbar ist. Wie viele Meter. Ah hm. Und äh also wenn man dann nachts lief dann hatte man zwei Meter Sichtweite und wenn man tags lief dann hatte man sieben, acht Meter. Ok. Ja kann ich verstehen also. Wie ist das mit dem Höher? Ja. Ja mit dem, mit dem ich glaube im Wald ist es so dunkel dass wir gar nichts mehr sehen werden. Ja. Da wollte ich jetzt auch nicht rein. Also wenn man hier mal den Wald sich anschaut. Was meinst du? Ja ziemlich. Das ist Vollmond oder? Ja ja ja. Aber trotzdem wenn man hier in den Wald reinschaut. Puh. Es stellt sich die Frage haben wir wirklich Vollmond grad momentan? Äh. Das wäre natürlich ganz, ganz, ganz cool wenn das das auch noch simulieren würde. Ich hab den Mond schon länger nicht mehr gesehen. Also im Normalfall benutzen die, also im Normalfall ja wenn das aufs aktuelle Datum eingestellt ist und auf jeden Fall. Ok. Voll hart. Was wir da nämlich auch noch ausräumen könnten ist die Feuerwache. Warte mal ich guck mal ob ich noch was zu essen hab. Ja was zu trinken. Apropos trinken da hab ich auch ein bisschen. Ach ich hab ne leere Wasserflasche. Ja Hammer ich auch wir müssten mal gucken dass wir irgendwo nen See oder sowas finden. Ich hab noch ne Dose Pepsi. Es wird bei mir nämlich schon wieder rot hier rechts unten seh ich grad. Ja ich glaub die kipp ich mal. Ich hab nur Nudeln. Ja ich trink mal die Dose. Hm. Ich seh grad ein Wind hier. Am anderen Ende von Elektro. Naja noch blinkt die Anzeige nicht dann. Äh. Boah von hier seh ich dich einfach nicht. Du siehst mich von da nicht. Ja das ist der Hammer wenn du im Schatten stehst. Jetzt bist du einfach fast unsichtbar. Naja wenn du dich bewegst halt nicht aber. Mach. Mach nochmal. Achso. Du hast grad eben was halt. Ah das ist ja der Hammer. Du warst so hingekauert eben wegen dem Essen weißt du. Der Hammer. Eigentlich sieht man nur das Gesicht. Man sieht nur deine Hand. Ja du hast halt noch was helles an. Ich hab komplett dunkle Sachen an. Das ist ja krass. Ja. Ich glaub vor anderen Spielern müssen wir keine. Keinen großen Respekt haben heute. Wenn sich hinlegt ist man unsichtbar. Ja wenn sie halt nachts sich gewählt haben. Gibt es das bei DZ? Es gibt es ja. Ja das ist extrem selten. Okay. Aber du bekommst glaub ich sogar nur an dem Flugwerk ganz im Norden. Ja und was ich auch noch sagen wollte. Bei den letzten 5 Folgen waren die Qualitäter nicht so super beim Rendern. Und das werde ich jetzt hoffentlich bei der Aufnahme besser machen. Ich glaube es liegt an Magix. Ja mal schauen. Weil so wie es in den letzten Folgen war. Kann ich es nicht lassen. Weil das finde ich selber irgendwie störend. Vor allem bei den Bewegungen ist es so verpixelt geworden. Das muss nicht sein. Der läuft ja da mit einer Taschenlampe rum. Was ne Taschenlampe? Der überlebende mit einer Taschenlampe. Bei dir? Mhm. Sein Ernst. Der läuft mit einer Taschenlampe rum. Ja. Nördlich von Elektro. Äh Flo wo bist du hin? Warte mal. Ich bin in den Hügel hochgelaufen. Ja ok weil da hab ich dich grad gar nicht mehr gesehen. Da ich seh dich. Boah. Niesst du mich auch? Äh. Ich bin direkt. Ah ja ja ja. Jetzt jetzt ja ja ok. Das ist cool ne. Ich hab halt hier den dunklen Hügel genommen weil man es da nicht sieht. Na ist schon gut. Erst wenn jetzt wir oben auf der Gruppe sind. Der Mond wieder. Oh jetzt wird es richtig romantisch gleich. Freust dich schon. Ja. Wenn es da kein Wald wär. Stopp. Ah das ist ein Tier. Ja leck mich am Arsch. Puh. Aber ich hab glaub ich ne Jagdmesser. Ja ich auch aber wir wollen es töten. Ich glaub der Typ riecht gleich was von nem Zombie. Mit ner Axt. Ich hab ne Axt dabei. Vielleicht hätte der von ins Gesicht. Äh jetzt ist nur wieder die Frage. Jeder Typ bewegt sich südärts. Ah ja. Hast du noch viel Platz im Inventar? Ja schon ja. Also wie man von der normalen Pistole auf die Axt wechselt. Das weiß ich leider. Oh ich bin doch ein Idiot. Ich hab ne Karte. Ah einfach so. Ich auch. Hallo? Willst mich verarschen? Ich hab null Schuss mit der Axt. Geil. Du musst nacken. Bitte? Ne. Null. Einfach null. Lad mal nach. Geht nicht. Ne es geht ja nicht. Doch mit R. Ne. Einfach null. Gott dieses Spiel macht mich glücklich. Soll ich den jetzt abknallen? Nein. Den Eber. Jetzt durchsucht er ein Haus. Ganz geräuschlos sagste. Nicht abknallen nein. Ich will ihn aber jetzt töten. Bloß nicht. Nein. Dann mach ihn tot. Wir können ihn einfach nur erwürgen. Wir müssen eure momentane Position. Ja der Flur gibt es mal kurz durch. Ich bin kurz davor abzudrücken. Ich lass es. Das ist glaube ich doch. Er guckt gerade auf der Karte wo wir sind. Wir müssten. Oh es zeigt ja den eigenen Standort nicht mehr an. Ja warum? Ich such mal was an. Wir durften jetzt fast schon. Wir laufen jetzt gerade auf die Straße zu. Und überqueren die. Und dahinter müsste die Farm dann gleich liegen. Wir sind auf den Hügel hoch gestiegen. Ja ich muss jetzt halt diesen anderen Spieler von meinem. Ich weiß noch nie ob er bewaffnet ist. Ja wenn er eine Taschenlampe hat dann. Wo bist du hin? Oh fuck mein Trinkbalken blinkt. Hast du gar nichts mehr? Nee. Scheiße. Oh man. Also müssen wir in das nächste Haus vielleicht doch mal rein. Ja in der Farm wird es hoffentlich was haben. Aber auch wieder Zombies ohne Ende bestimmt. Ja weil. Ja. Die Frage ist wie lange halte ich das denn aus ohne trinken? Ja das werden wir jetzt wohl rausfinden. Eigentlich beginnen wir bis jetzt jede Aufnahmetradition damit dass ich Durst hab. Hey Leute ich muss glaube ich einen großen Unbeglauben damit ihr mich auf gar keinen Fall sieht. Ja ok. Du gehst gerade weiter runter. Da hinten ist eine Tankstelle. Aber das mach ich glaube ich. Ich seh dich. Den Buckel weiter runter. Ja ich. Ok. Solange wir in Sichtweite bleiben ist alles ok. Bist du den Hügel runter gelaufen oder nicht? Nö ich lauf noch ein Stück über dir am Hügel. Also ich geh mal in die Häu...